eigentlich durch eine beratung von einem oder einen rat von einem guten freund und da ist aber keine baufinanzierung direkt über hinschütt gelaufen der war zu geraten die hausbank zu nehmen was super super idee war weil die zu der zeit auch die besten konditionen hatten und jetzt nach sieben jahren wollen wir das ganze ablösen und eine anschlussfinanzierung über hinschütt laufen lassen und ja da sind wir momentan super zufrieden mit den konditionen ja und gerade meine frau ist halt auch super begeistert von hinschütt weil das alles sehr ausführlich und transparent erklärt und sonst eigentlich jegliche art von beratern aus dem wege geht bauern und schnäppchen empfänger vermutet und ja das war nach dem ersten gespräch bei hinschütt war das eigentlich komplett weg dieses gefühl also wir sind rundum versorgt und in guten händen hier kann ich nur empfehlen